Oh, hui, hui, hui. Ich muss mich so zwei, drei Tage dran gewöhnen. Aber es ist erfrischend. Ich weiß nicht, welches Wort dafür richtig ist. Es ist einfach nice, im Stehen zu arbeiten. Oder im Liegen. Ja. Wenn du 400W in 8 fahren willst und HE ist Primary Ballast, dann kannst du W.O.T. auch im Liegen spielen, ja. Müsst ihr mal probieren. Zum Beispiel, wenn ihr so eine Ecke habt und ihr stellt euch euren Stuhl hier in die Ecke, ja, das ist dann so ein Schieferstuhl. Wisst ihr, wie bequem sich das so an der Wand sitzt? Das ist der Wahnsinn, das ist so bequem, so zu sitzen, das ist richtig geil. Naja, immerhin hat er sein Kehl gemacht, hatte eine weiche Landung. Ne du, das ist doch nicht schlecht. Meine Güte, ey, sorry. Ich habe eine Noob-Allergie, Leute, die schlägt grad voll zu. Tut mir leid. Oh, jetzt kommt ein Flieger Richtung Cap. Ähm, aus Nord-Osten ungefähr. Oder jetzt komplett aus. Das ist genau Osten. Aber der will aber erstmal unsere MS und zwei Flieger noch oben. Zwei Flieger, ja. Woah. Woah. What the fuck? Woah. Oh mein Gott, was? Ich sehe, dass hier gleich hinter mir einer hochkommt. Wetten? Ich wusste es. Ich wusste es. Nein, oder? Oh, fuck off. Oh ja, natürlich. Wie kann das denn passieren, bitte, ey. Das gibt Türmchen, wenn er weiter fährt. Armour not penetrated. Das schafft auch nur er, warte jetzt. Schneibt er mir in die Oberwanne mit AP für 672 und Feuer. Ja. Also gut, du. Also. Ne? Chapeau, du. Das musst du auch erstmal drauf haben, du. Zweimal jagt ihn mit der Seite bouncen. Ja. Neun Kills! Ihr Benutzername wird für die Dauer des Gefechts zu Killer geändert. Killer! Eiskalter Killer! Ja, also da... So einen passenden Anonymized Nickname hatte ich selber noch nie. Ihr könnt das dort nicht platzieren, my Lord. Ganz genau, das ist der Spruch. Ihr könnt das dort nicht platzieren. Ihr könnt das dort... Ihr könnt... Ihr könnt das dort nicht platzieren. Ihr könnt das dort... Ihr könnt das dort nicht. Ihr könnt das dort... Ihr könnt das dort nicht. Ihr könnt das dort... Verpisst euch, ihr scheiß Kinder! Ja! Ja! Na komm, VZ. Mut, immer Mut. Immer Mut zum Peak, komm! Ja, du hast Angst, dass da jemand steht, ne? Ich kann dir gleich sagen, da steht niemand. Ja! Ja! Ja, ich finde... Ja! Ja, ja! 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 Eher so Clown-Runde hier. Der BEP Kyla ist auf dem Weg. Keiner macht das geiler als der Great. Er steht einfach da und wartet. Was ist das, man? Spiel das fucking Spiel nicht, wenn du keine Lust hast, irgendwas zu tun. Geh kacken! Da hast du mehr Action, wirklich. Ich hab nichts gemacht da. Ich lad schon mal unseren Keimling setzen. Gesetzten Keimling. Genau den. Ach scheiße, ich hab grad desertiert. Ich Idiot. Die Runde wär vorbei. Oh. Schöne Runde. Genauso stelle ich mir das immer vor. Mit der Abschlussrunde. Genauso stelle ich mir das immer vor. Ist komplett zurückgefahren. wenn der andere erfahr. Das kann doch nicht wahr sein. Na du? Ich hab ein bisschen Bup! 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 Schlechtlich Spielkampf. Mach' der den Ninja. Alter. Und hält die Kanone kurz rein. Natürlich ey! Was ist der Atil? Gute Frage. Ich weiß nicht, warum ich hierhin gefahren bin, hier sollte man nicht hinfahren. Aber ich mache halt gerne dumme Sachen. Kennt mich ja. Oh ja, schön. Ganz gerne. Klasse, Mailand. Schön gespielt. Super. Gute Entscheidungsfindung. Ja, das war doch eine tolle Runde. Jungs, könnt ihr mir Beete unter die Arme greifen hier? Jawohl. Oh, was? Oh. 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 Was soll das denn? Oh, da denkst du auch nach. Oh, da hat einer Bock. Komm gerne rum. Pixel. Was er einmal trifft, kann er auch ein zweites Mal noch treffen. Was er zweimal trifft, kann er auch ein drittes Mal noch treffen, richtig? Und was er dreimal trifft, kann er dann letztendlich auch vollenden. Ich lade kurz ein. Oh mein Gott, der hat schon wieder getroffen. Wie dumm, Alter. Scheiße, die hinten sind Out of Render am Hügel, ne? Ich mach den trotzdem. Digga, wo willst du denn diese Map spielen, ey? Mit diesem bekloppten Hügel und den drei Artigs, die in jede Ecke schießen können. Schöne ist, ich kann mir drei Jagd-Eschellen fangen, ne? Oder drei Jagd-Eschellen überleben. Das machst du mit keinem anderen Panzer, glaube ich. Nein! 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 Aber Leute, dafür dass ich zehn Tage nicht in Viotil gespielt habe, fühle ich mich sehr wohl, muss ich sagen. Also, ich komme klar, ne? Ich schaff's einigermaßen ordentlich zu aimen. Ich nehm das zurück. Sie werden beschossen. Ja, ich weiß. Sie werden beschossen. Ich will nicht wegfahren. Hä, bitte? Wie? Was? Ich hab da Schussfeld. Hä, what the fuck? Eiert der da rum, oder wie? Okay. Lustig. Vor allem, ne, Face und E50M sind aneinander vorbeigefahren da drüben. Weil der E50 ist durch die Stadt gegangen. Ich weiß es nicht, wie er da herangekommen ist. Keine Ahnung. Naja, interessant. Mal gucken, ob ich aufgib. Ich hab ihn zweimal getroffen und dann hat er sich dazu entschieden zu reparieren. Roger. WTF, Bruder? Was war das denn, bitte? Ha. DP43, nice shot. Ja, danke, danke, du. Das war alles nur Skill. Bingo, mit wem gibst du dich da ab? Äh, irgendwo. Vermutlich. Ja, das ist ein anderer sogar. Aber weiter rechts da vorne muss auch noch einer sein. Pfff. Klar, meiner. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Das war wirklich buzzend。